Das sieht man nicht bei jedem Praxistest, eine Windel von einem deutschen Unternehmen. Ich habe ausprobiert, wie sie sich im Vergleich mit den großen Marken schlägt, die ja meist aus den USA oder Großbritannien stammen. Die Fabi Montifabicare habe ich euch in Windel News Folge 19 erstmals vorgestellt. Sie ist ziemlich unbekannt, weil sie nach wie vor in keinem größeren ABDL-Shop verkauft wird und es anscheinend auch keine Werbung mit nennenswerter Reichweite gibt. Ein großer Kritikpunkt wurde bereits beim Kauf deutlich, die Windel war zu dem Zeitpunkt nur in Größe L und XL erhältlich. Seit einiger Zeit gibt es ja auch unter größeren Marken den Trend, neue Windeln nicht mehr in den Randgrößen S und XL herauszubringen. Das spart Kosten, weil sie nur von relativ wenigen Menschen gekauft werden. Für kleine Unternehmen kann ich das gut verstehen, Fabi Montif ist ein Einzelunternehmen. Dass man M als eine der verbreitetsten Größen nicht anbietet, sah ich hier zum ersten Mal. Ich habe daher überlegt, ob ich den Test überhaupt machen soll. Laut Beschreibung soll L allerdings für eine Hüftweite von 80 cm gedacht sein und damit passend. Es ist daher die erste in Größe Large getestete Windel. Der Hersteller hat das ebenfalls eingesehen. Als ich nach dem Test für dieses Video den aktuellen Preis prüfte, tauchte plötzlich auch Größe M auf. Laut eigenem Shop soll sie für eine Hüftweite von 76 cm geeignet sein. Mein Praxistest war zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen, daher beziehen sich alle folgenden Ergebnisse auf L-Eisgröße. Pro Packung sind 10 Windeln enthalten. Geworben wird mit einer theoretischen Saugleistung von 6 Litern, die jedoch anscheinend keinem Standard folgen, zumindest wird keine angegeben. Für viele ABDL-Windeln ist der Bereich von 5 bis 6 Litern theoretischer Saugleistung der Einstieg. Allerdings kann man diese Werte durch verschiedene Messverfahren oft nicht direkt zwischen verschiedenen Marken vergleichen. Die Aussagekraft ist noch geringer und ich habe daher eine Packung im Alltag ausprobiert, bis sie ausläuft. Außen ist sie aus Folie. Nicht so weich wie Tückables, dennoch angenehm auf eine andere Art, also nicht schlechter, sondern anders. Optisch finde ich sie liebevoll gestaltet mit den Köpfen von Teddybären, Mäusen, Hasen und weiteren Tieren. Da es sich um eine Windel mit Folie handelt, wirken die Motive kräftig. Zwischendurch lockern Sterne und Herzen den weißen Hintergrund auf. Die breiteren Balken oder Striche an den Rändern haben sich bei mehreren Windeln etabliert. Kann man mögen oder nicht. Ich finde, sie passen in das Design, weil sie farblich passend zu den Motiven gewählt wurden. Positiv, die Windeln sind locker in der Packung und lassen sich gut entnehmen. Durch ihre Weichheit passen sie sich auch gut an den Körper an, Falten oder Kneten kann man sich sparen. Obwohl der Hüftumfang passte, fühlte sie sich beim Auspacken bereits etwas länger an. Beim Anlegen wirkte sie länger als M, von den Klebern her passte es noch gut. Sie fühlte sich ein wenig zu groß an. Aber nicht so viel, dass sie deswegen nicht mehr passen würde. Ich merkte jedoch, dass ich mit L am unteren Ende der Skala bin und Größe M wahrscheinlich perfekt sitzen würde. Da es die zum Testzeitpunkt nicht gab, war das keine Option. Gerade weil sie etwas größer war als nötig, fühlte ich mich darin gut eingepackt. Sie reichte vorne und hinten ein Stück weiter nach oben, wie ich es von anderen Windeln gewohnt bin. Es scheint ein Stück weit auszugleichen, dass die Windel mit einem Leergewicht von 209 Gramm leicht unterdurchschnittlich dick bzw. dünn ist. Vermutlich dürfte Größe M noch etwas leichter sein, weil sie ja auch etwas kürzer ist und daher weniger Material beinhaltet. Am Ende des Praxistes brachte die sichtlich volle Windel exakt 1,6 Kilogramm auf die Waage. Für den Preis von 29,90 Euro pro Zehnerpackung, sie wird übrigens auch auf Ebay angeboten, ein enttäuschendes Ergebnis, das sogar unter dem Durchschnitt liegt. Alle bisher getesteten bunt bedruckten Little4Big Schnitten ähnlich schlecht ab und werden sogar noch teurer verkauft. Die Little4Big Vintage Baby beispielsweise für satte 3,14 Euro pro Windel, während sie mit 14,51 ml nicht nennenswert mehr aushielt. Ansonsten fällt mir nur NRU Playdays Classic ein, sie kam knapp auf 1,4 Kilo. Abzüglich des Eigengewichts hat die Fabi Montifabicare etwa 1,3 Liter Flüssigkeit aufgenommen und sie kostet 2,99 Euro pro Windel. Das ist ein mehr als stolzer Preis, wenn man bedenkt, dass man zahlreiche Windeln auflisten könnte, die deutlich mehr aushalten und dafür weniger kosten. Little Socker über 1,9 Kilogramm für 2,39 Euro pro Stück. Little Rascals V2 kosten 2,69 Euro je Windel und halten dafür 2,4 Kilogramm aus, um nur zwei Beispiele zu nennen. Was sich Fabi Monti hoch anrechne, sie betreiben anscheinend einen eigenen Shop, der nicht bloß bei einem fertigen Cloud-Betreiber geklickt wurde. Zum Schutz der Privatsphäre ist das ein Vorteil, außerdem sind die Ladezeiten angenehm schnell. Leider konnte man es nicht lassen und hat immerhin TrustedHubs.com und den Google Tag Manager eingebaut, schade. Bei einem derart sensiblen Thema wie ABDL würde ich mir wünschen, dass keine Daten an Datenkraken wie Google fließen. Auch andere Shops patzen hier, dennoch macht es die Sache nicht besser. Obwohl die Windel gut aussieht und angenehm getragen werden kann, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis klar in unteren Bereich aller Tests bisher. Viele Windeln bieten mehr für oft deutlich weniger Geld. Der Unterschied beträgt hier nicht nur ein paar Cent, sondern ist erheblich. Es gibt noch ein paar Details, die ich nicht verstehe. Beispielsweise steht auf der amerikanischen Verkaufsplattform die Hüft- und Teilenweite in der Beschreibung, ihr seht den Ausschnitt von dort rechts unten. Bei der Teilenweite von 91 bis 127 cm für Größe L wäre schnell klar gewesen, dass die ein wenig zu groß ausfallen dürfte. Ausgerechnet im eigenen Shop fehlt diese Information. Außerdem ist die Windel dort teurer, zumindest wenn man unter 49 Euro einkauft. Im eigenen Shop fallen nämlich Versandkosten für Bestellungen unter 49 Euro an. Auf eBay dagegen kann man eine einzelne Packung für 29,90 Euro inklusive Versand kaufen. Warum sollten Interessierte im eigenen Shop kaufen? Obwohl das für Fabi-Monti von Vorteil sein dürfte, weil auf fremden Plattformen Verkaufsprovisionen anfallen. Dass man hier leider wohl mit weniger Liebe zum Detail vorgeht, als bei der Windel selbst, sieht man auch an der Liste aller verfügbaren Größen in der Beschreibung. Die steht nur im hauseigenen Shop, dort sind bis heute L und XL aufgelistet. Obwohl inzwischen ja bereits M verfügbar ist, wurde es dort nicht nachgetragen. Durch die relativ geringe Saugleistung im Verhältnis zum Preis von knapp 3 Euro je Windel konnte mich die Windel leider nicht überzeugen. Ich hätte mich über eine neue ABDL-Windel aus Deutschland gefreut, sodass man hochwertige, saugstarke Windeln nicht zwingend importieren muss. Dafür müsste sie aber auf dem Weltmarkt einigermaßen mithalten können. Andere Unternehmen aus dem näheren Ausland, wie beispielsweise Kiddo aus Frankreich, schaffen das mit der Lille Socke deutlich besser und halten etwa 2 Kilogramm aus für einen angemessenen Preis. Aus meiner Sicht ist das Fabi-Monti nicht geglückt. Die Windel müsste entweder deutlich günstiger sein oder mehr aushalten. Schade. Vielleicht wird es bei der nächsten besser? Was denkt ihr darüber? Denkt ihr, ein zweiter Test von der jüngst erschienen Größe M würde sich lohnen und könnte das Ergebnis maßgeblich verbessern? Ich bin leider nicht davon überzeugt, aber freue mich auf eure Meinung. Ihr könnt mir in den Chatgruppen oder in die Kommentare schreiben. Bleibt trocken, bis zum nächsten Video. 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 Vielen Dank.